ich glaube wir gehen wieder in den jungle ich glaube da fühlen wir uns am ehesten wohl wobei als adc habe ich mich auch wohl gefühlt ich bin im wechsel so gut kann man auch spielen samira caitlin ash miss forging irgendwo gott like ist momentan djinn also djinn und kaiser tatsächlich machen erst eine runde djinn und danach noch eine runde kaiser wir probieren es zumindest mal was sagt denn hier tier 1 und zwar adcs wayne djinn kaiser tatsächlich dann würde ich sagen wann wir kaiser wayne habe ich gar nicht oder habe ich wayne bin mir da gar nicht so sicher habe ich wayne wayne habe ich nicht aber wir holen uns direkt djinn ich habe für den echt noch keinen scan sehr sehr traurig auf jeden fall djinn danke dir für den follow ich bin so froh wenn meine zwei led strahler kommen dann kann ich endlich diesen chroma key richtig ausrichten und nicht immer diese ja diese kacke ich auf der seite beleuchtet bin und hinter mir der schatten ist wie leicht sollte ich auch mal das overlay anpassen da ich bin sehr gespannt mein erstes game in der season 2021 wir sind gespannt wir sind sehr gespannt was da passiert könnte man das nicht irgendwie kopieren doch erstmal hier nur kann ich noch einmal gucken ich habe das noch mal funktioniert sieht besser aus ich verneige mich vor deinem follow okay das passt ok mein erstes gehen leute wir versuchen einfach so gut es geht zu spielen da kann man ihn nicht machen mehr können wir und schmetterling ein wunderschöner schmetterling das sind sogar zwei und ich gerade gepaart was haben wir denn hier wir haben nami was hat jetzt die caitlin da gerade bekommen so für ein quatsch oh shit auch die caitlin mit ihrer reichweite ja ein bisschen zu spät alles nami das ist eine katastrophe das ist so eine eine pressure lane okay Oh, shit. Oh Gott, ich bin so klinisch tot. das sieht nicht gut aus das sieht jetzt schon nicht gut aus also so eine pressure lane mit brand und caitlin 1 1 1 2 2 1 1 gott ich muss irgendwie im farm aufholen bin ich jetzt sowas von abgehängt ich will gar nicht gucken wie der unterschied ist der war die ganze zeit da im busch really ja 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 die caitlin pusht uns hier quasi alleine unter den tower aber wenn die level 60 ist ein schweres problem sie ist jetzt level 6 und ich habe nur 300 leben vielleicht ist bereit das war klaus 56 der doppelte fahren wie ich sehr gut sonst ist das game aber noch und die skaliert halt wie schweine skaliert wie sau sonst ist alles noch ausgeglichen oben ist ausgeglichen jungle sind wir ein bisschen vorne mal aufpassen karsix in seiner nähe gotter 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 gott ich habe kann es echt nicht einschätzen aber ich glaube wir stehen nicht so gut da so als team ich habe beides im gefühl Das war's. Warum rennt die Nami von mir weg? Okay, sie flamet auf jeden Fall, auch wenn ich's nicht lesen kann. Kann ja nur so sein. Der Jax, der farmt einfach da oben. Das war dem scheißegal. Das ist das Problem, ne? Also man spielt nicht als Team in der Solo Queue. Spielt man einfach seinen Stiefel runter und dann kann man gucken wo man hingeht. Der Gegnerische Jungle ist auf jeden Fall deutlich aktiver auf der Karte. Ja, die haben schon einen Dragon, die haben schon den Herald. Einfach versuchen zu farmen. Ja. Ja. Die Reichweite ist auch so asozial, ne? Ich kann halt auch nix dagegen machen. Das ist ja mein Hauptproblem. Das ist mein Hauptproblem. Das ist mein Hauptproblem. Das ist mein Hauptproblem. Nein, da könnte ich ja weinen. Ich wollte noch reinkommen. Aber ist leider von mir weggelaufen. Katastrophe. Katastrophe das Game. Immer noch 100, doppelt ist es nicht, aber fast. Ich habe halt keinen Mana. Okay. 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 Ich fahre einfach. Da steht schon 4.11. absolut ripp echt die frage was man dagegen macht scheint nicht viel als ob als ob wieso wurde jetzt nicht gestand kommt schnell feuer der k6 ist drei level über mir das war wichtig ja 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 und verlieren absolut jeden teamfight der turm so ja heute nicht ich brauche da eh nicht angreifen 135 zu 83 das ist schon der rib des todes problem ist die kanal jetzt so weit shooten oh gott oh gott oh gott ich muss einfach fahren ich fahre einfach ich halte mich jetzt mal komplett hier raus kurz und fahren hoch hätte ich nicht getroffen gott wenn kassiks oder so kommt bin ich sowas von im eimer oh no oh 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 ich habe aber auch alles gezogen gerade ich habe ich wenigstens was bekommen ich jetzt was bekommen das game ist noch nicht over ich sage es euch also es ist schon ziemlich over aber noch nicht zu 1000 prozent was haben wir hier um fahren konnte ich wenigstens ein bisschen aufholen auch wenn es noch nicht viel ist das war schlicht oder auch ganz gut weil ich wieder nicht so hat rein pushen unser checks ist halt komplett los und ich auf meine items kommen dann weiß ich nicht aber 27 11 ist schon mehr 27 10 ist ja nicht mal 11 schon ein bisschen belastend tschüss wieso face checke ich eigentlich da wenn der dich anjumpft bist du am arsch nami ne das weiß die aber schon und 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 Oh, Katastrophe. Nein, ich kam nicht hin. Ja, das kann man aufgeben. Eieieiei. Mein erstes Game, Leute. Mein erstes Rank Game. Ja, das kann man aufgeben. Ja, das kann man aufgeben. Ja, das kann man aufgeben.